komisch du sagst ich kann nicht retten aber ich habe herzschlag mein leute und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight sind mit der jatze unterwegs ich bin gleich beim jen mal schauen wie weiter kommen die runde alter ich kann es heute nicht ich fühle mich hier voll sicher ich habe übelst im muskelwerk mit mir dabei ich nicht ich habe heute kein glück hier echt nicht das war knapp wo ist er denn ich weiß nicht ja bei mir wo sonst weiß nicht wo du bist also heute habe ich kein glück mit dna ich habe hier glück ich habe so richtigen muskelberg der weiß ganz genau wie man zylinder repariert ich mache den gender oben nichts ist sicherer als oben da kann man rausspringen ich hänge hängst du da schon wieder so paul rum kommt einer zu dir ja aber der das ist unsere runde jetzt hängt er am haken ja das ist auch der muskelberg der mit mir zusammen den generator repariert hat jetzt fühle ich mich bei dem doch nicht mehr so sicher ich blute richtig ich scheine nicht zu helfen hast du ihn abgehangen ja wer ist denn hier hinter mir oh die heilen mich na die haben versucht mich zu heilen oh man alter was macht denn ihr da oh der versucht die ganze zeit mich zu retten ja ich bin gleich hier tschüssi koski ja kann ich dich retten ja er hängt gerade den anderen weg oh ihr seid aber dicht beieinander ja er kommt auch wieder er ist ja weg komisch du sagst ich kann dich retten aber ich habe herzschlag ich werde gerettet schön ich bin tot danke dafür und ich habe ihn nicht mal mitgekriegt ich bin so schlecht ich habe nicht mal mitbekommen wo der war er läuft genau zu euch alter oh mich hängt einer ab okay erst mal weg hier muss mich erst mal heilen oh der killer kommt zu uns jetzt hängt schon wieder einer ah das hat er gesehen ja lauf mal mit dem gehner nimm den mal mit nimm den mal mit den burschen vor allem weiß was mir mal aufgefallen ist der vogel wirft mit messern ja weißt du eigentlich nicht dass das auch ins auge gehen kann oh das ist gemeingefährlich ich meine das ist kein spiel oh sieht so aus als mache ich den letzten gen das ist das macht den jen ich bin an der tür los ich mach doch ich mach doch ihr habt ihn zu 90 prozent an welcher tür bist du hier hinten er kommt schon wieder irgendwo ja ich muss jetzt kurz warten bis er hier hinten ist er er trägt grad wen weg ich mach erst ja ja hab ich gesehen ach du bist auch hier oh er kommt hierher schnell wir müssen doch den anderen dude retten egal ich bin raus nee er bewacht ihn ich bin weg mir doch scheißegal er bewacht ihn kann es nicht retten bin jetzt schon weg na gut ich komme mit noch bin ich gesund und mund da ist das mitgekriegt wir haben eine runde gerockt wir haben die runde gerockt aber gerade so aber ohne irgendwelche probleme das war easy jetzt bin ich wieder motiviert wenn euch die runde gefallen hat das gerne leicht aber ein bisschen ruhig wir sind jetzt so gestorben wir mussten uns mal irgendwie versuchen anzustrengen wenn es euch gefallen hat das gerne leichter wir sehen uns das nächste mal wieder bis sehr macht's gut tschau 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 tschau